Frisch befördert worden und sofort alles ändern wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn du frisch befördert wurdest und gerade dein Team neu übernommen hast, das Letzte, was du tun darfst, ist, ohne mit den Kollegen gesprochen zu haben, deinen neuen Mitarbeitern anfangen, Dinge zu ändern, weil du schon ein Konstrukt in deinem Kopf hast, wie das denn gemacht werden müsste. Immerhin hast du ja im Vorstellungsgespräch wahrscheinlich einmal deinen 90-Tage-Plan vorgestellt. Dieser 90-Tage-Plan war nur dazu da, damit du den Job bekommst, damit derjenige auf der anderen Seite versteht, du hast sowas schon mal gemacht und du hast eine Vorstellung davon, was du tun musst. Das bedeutet nicht, dass die Erwartungshaltung ist, dass du den umsetzen darfst. Wenn du das machst, dann bringst du dein Team garantiert gegen dich auf und das wird in keiner guten Situation für dich enden. Tu es nicht. Was du tun solltest, ist, mehr führen, weniger ausführen.